Hey Leute, hier ist Aldemar. Auf geheimer Mission. Wir sind im Braven und müssen Landienarmt Trader. Wir müssen einen Spion finden. Auf dem Marktplatz oder so. Wir gucken jetzt erstmal. Take a walk in the town center. Komm Cara. Ich hab dich im Turnier kämpfen sehen. Wir müssen jetzt Spione jagen. Ich hab jetzt gar nicht nachgelesen, was wir genau machen sollen. Ob das jetzt überhaupt richtig ist. Townsman. Help and watch the war. Seven and strength. Listen to me. Have you an internment president spent long hours in the market? Ride the spy? Yes sir. What was gotten around about investigation? I expect the spy knows too. The client is making plans to leave. Plans to leave. Hier. Ah ne, Ali rede Smith. Wer sieht denn hier aus wie ein Spion? Alle stehen still. Okay. Gangleader. Wir haben nichts gesehen. Merchant notary. Act normal. Any of the participants in the tournament come around asking very odd questions. I'm looking for someone. I'm looking for someone. Das Kind bestimmt nicht. Versteckt er sich hier irgendwo? Wir werden ihn finden, den Spion. Guck mal der kleine Fratz hier. Hat der was gesehen? Okay. Mutig. Dass sie hier Kind im Spiel haben. Mittlerweile sieht man sowas ja gar nicht mehr. Genug kranke Mistkerle. Es gibt Shopworker, Shopworker. Oh guck mal hier. Der Schatten funktioniert hier ganz gut. Spy-Party-Log updated. Backstreet. Was ist... So. Ein junger Krieger. Es gibt bestimmt einen, der irgendwie Young Warrior heißt, oder... Das ist das... Hier ist die Mauer. Da steht einer bei den Wachen. Das sieht doch schon von Dächli aus. Wir hätten ein Schwert dabei. Ah, ne. Der gehört dazu. Aha, warum guckt der da oben zur Mauer? Aha. Wo ist die Arena? Die hat Arena gesagt. Gehen wir mal zur Arena. Und Workshop. Ah, das ist gut zu wissen. Ich muss mir mal so einen Workshop kaufen. Wie wär's? Durch die Seitengassen. Hoffentlich ist das jetzt hier keine Sackgasse. Gott sei Dank. Oh, Mann. Ein Himmel für ein Pferd. Spione wie ich. Da ist der Spion! Nein. Das Kind. Das ist die Arena. Schade. Das hat's dann also auch erledigt mit der Arena. Das ist die Arena. Er hört schon hier irgendwo rumstehen. Das ist die Burg. Wie kann ich denn jetzt meine Quest abrufen? Aha. One of the people settlers has told you his spy is not bald. Also er ist nicht glatzköpfig. One of you sure his spy has no markings. Wow, dankeschön. So, jetzt müssen wir weiterfragen. Es ist, äh... Ich glaube, wir fragen mal alle. Oh, boah. Das sind alle Fragen. Ah. Not me, sir. I did overhears from talking another merchant about such things. I remember him because he had this nasty looking sword at his side. Okay, er hat ein Schwert. Was ist mit dem Typen, den wir da gesehen haben? Trailer. Okay, es ist cool. Ich find's cool. Ich find's tatsächlich cool. Nur der Armorer. Okay. Helme. Wir müssen jetzt mal alle fragen, wenn wir immer noch mehr Hinweise bekommen. Komm her, junge Frau. Okay. Ich bitte, es war der eine Typ an der Mauer. Schussgeld-Erpresser. Schutzgeld-Erpresser. Alter, was ist denn hier los? Er ist... Ach, er ist bald. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Er ist not bald, stand da. Not bald. 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 Not bald. What means bald? Scheiß drauf. Ah, ein Duell im Tournament. Sehr gut. Also... So, machen wir den Ehren, hast du einen Kampf da raus. Kampf à la mi. Danke. Danke. Dann machen wir mal im richtigen Tournament mit. Woooo. Guck mal. Sie bewegen sich mittlerweile, sind aber immer noch super crappy aus. Wie damals. Ach ja. Wie? Buh. Was soll das denn? Geil. Das haben wir geschafft. Cool. Ähm. Äh. Your Relations with... Das war nicht der Richtige? Oh nein. Oh nein. Na gut, okay. Ja, dann war das also richtig mit dem Er ist nicht glatzköpfig. Na, machen wir das mal hier mit. Ja? Bett. Oh, ein geiles Pferd gibt's. Geil. Lass mal alles wetten, was geht. Hoffen, dass wir nicht verlieren. Okay. 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 Zum... Nee. Danke, danke. Das ist ja wohl kein Problem. So. Dann die nächsten. Skip Rounds. Oh, Leanna macht da mit. Los, zeig was in dir steckt. Nein, die Spur. Boah. Buh. Eins gegen eins. Daneben. 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 Daneben hat's geduckt. Daneben geschlossen. Jetzt kommt noch ein Treffer. Jetzt wieder geduckt. Er duckt sich immer. Coole Rüstung. Okay, das ging daneben. Was? Geht doch. Gut, dann sehen wir Talia nochmal im... im Kampf. Wasser, Inspektor Klairs. Skip Rounds. Kara will... Kara kämpft da. Ach, du schaffst das schon, Kara. Kara ist dabei. Sehr gut. Join. Bats. Okay, join. Oh nein. Wir kämpfen gegen einen Peasant. Also, wenn ich das nicht schaffe, Leute... Wir sind ja ein bisschen träge. Liana, zeig, was in dir steckt. Boah, wie schnell die ist. Alter. Nein! Das gibt's doch nicht. Ach, schade. Die arme Frau. Okay. Scheiße. Jetzt. Und Finale. Na toll. Kann man einfach nur blocken. Boah, Alter. Ist das... Träge. Nach dem Block irgendwie nochmal... Puh. Geil. Wir haben wieder Geld und ein cooles Fett bekommen. Mal gucken, ob ich das auch reiten darf. Natürlich nicht. Irgendwann werden wir besser werden irgendwann. So eine Mule mal mitnehmen. Eine Musemule. Bisschen Grape, so. So, jetzt wollen wir mit unserer Geliebten nochmal sprechen. Mit unserer zukünftigen... Ich weiß es ganz genau. Sie ist es und sie wird es werden. Grip Karteli. Grip Karteli. Ähm. Nein. Nein. Es tut mir leid. Okay. Ich bin wieder abgeschmettert. Abgeschmettert. Aber... Ich will... Oh Mist. Vasall werden? Erst wollte ich doch gar nicht mehr bei denen mitmachen. Und jetzt Vasall? Okay. Ich komme wieder, auch wenn sie mich jetzt hasst. So, dann gehen wir mal weiter... Geld machen. Komm, wir gehen mal hier rum. Das sind ja die Sea Raider. Die Seeräuber. Services created around... Oh man, fahrt. Oh man, fahrt. Ich komme gegen die Forest Bands, werden wir abkacken. Das wird auch ziemlich übel werden. Komm her mein Sohn. Aha. Dieses ganze Gespräch... Die ganzen Gespräche mit denen sind echt unnötig. Wachers! Onwards! Spread out! Infanterie! Lose Formation! Und dann... Move! Da sind sie achts hier nämlich ein paar. Warrior Attack! Angriff! Warriors! Charge! Muss ja schon wieder von vorne anfangen. Ich hätte gedacht, er wirft daneben. In die Schultern nur. Hat gereicht. Ich muss aufpassen. Wenn mich hier eine größere Sea Raider Horde jetzt zieht, dann bin ich wieder Matsche. Okay. Okay, vielleicht gehe ich doch die Besme nochmal woanders hin. Die greift mich echt an. Lol. Na gut, dann machen wir das mal schnell. Try to get away. Nein, send troops. Warte mal, was ist passiert? Wir have encountered Sea Raiders. Hä? Konnte ich denn nicht kämpfen? Ach ja, ich bin ja down gegangen. Deswegen wollen die das. Der stärkste ihrer Truppe ist Matsche. Komm, wir müssen mal hier weg. Hier ist ein Forest Bandits, Highlord. Aber es sind keine Forest Bandits in der Nähe. Belegier. Okay. Wir müssen mal nach Ostican und Oxhall. Äh, ne warte mal. In Oxhall haben wir ja Dingens geholt. Egal, scheiß drauf. Ransom. Was sind das hier für Quests? Overpriced raw materials. Sarah Lind the Widow authentically captured by Bounty Hunters. Oh. Oh. Oh, was ist das denn? Oh. Ich glaub die hatten wir noch nicht. Neue Quests. Äh, hier ist eine Hilfe mit ein paar Problemen. Einige von meinen Lads haben verloren. Ich habe gesehen, die sagen, sie haben sich tot drunk trinken mit anderen Bandits. Kann ich dir helfen? Aha. Ich kann den Job machen. Wir tun das. Okay. Wir werden rausfinden, wie es funktioniert oder scheitern. Oh man, wir haben so wenig Geld. Ah. Kurz warten. Ich brauche Lebensenergie. Liana! Donate troops. Ups. Vielleicht mag sie mich dann. Oder auch nicht. Okay. Äh, wo sollen wir hingehen? Zu dem Hideout? Okay. 24 Sea Raider. Oh ja, das müssen wir noch machen. Wenn die jetzt nicht zu schnell sind. Halt! Guck mal, aus Vlundian Spearman wird Vlundian Billman. Toll. Kein tolles Upgrade. Wir brauchen mehr Nahkämpfer. Die müssen weg. 24. Gib nochmal gutes Zeug. Okay. Dann lassen wir die mal kommen. ein Schild. Ein Schild. Zwei Schilde. Und es ist wieder Winterzeit. Ich glaube, ich muss jetzt mal... Ich das mit dem Schmieden. Ich muss mir mal... Ich muss mir so einen Woodworkshop holen. Wir müssen jetzt mal Geld machen. Ich kaufe mir einen Laden. Da kommen sie. Feuer frei! Bang! 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 Das sieht nicht gut aus. Ja! Ich hab einen getroffen! Okay, sie ziehen sich zurück. Oh! Geschafft! Cool! We've been blessed! Guck mal, die ganzen Wurfspeare und so. Alter! Ich hab einen getroffen! Wunderbar! Vielleicht behalte ich jetzt nochmal ein paar von denen und rekrutiere die. Gehen wir nochmal nach Oxhall. Sargot Ostikan. Bin ich Sargot eigentlich am... Ne, da können wir jetzt hin. Sie ist jetzt frei. Hier in Lotsoll ist keiner mehr. Aber wir müssen trotzdem hier hin. Das erste Mal... True Spritzers for Ransom. Und zwar... Sea Raider. Die hier. Und die behalten wir mal. Die wollen wir dann rekrutieren, wenn's geht. Okay. Ah. Was mit dem Lösegeld? Jetzt sollen wir das auch noch machen. Warte. Wir holen erst noch einen Oztikan, einen von uns ab. Rohwald. Was war das? Servic. 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 Okay. Fünf Verwundete. 30 Looter. Sehr gut. Aber erstmal kurz hier... Ja, ja. Wir haben es gesehen. Tavern District. Take to your party. Sehr gut. Wir warten erstmal. Bevor wir uns jetzt mit den Lootern da anlegen. Oh, das ist eine Party von 25. So ein Söldner. Alter, das wäre eigentlich schon eine ziemlich coole Idee. Wer weiß. Scheiß drauf. Lasst es probieren. 4, 4. Klingeln wir nicht ein. 4, 8. Klingeln wir. Geil. Oh, jetzt ist eigentlich der erste richtige Scheiße. Wir werden sterben. Bruin of the Brotherhood. Hold. You can tell me what you show. We just have added. I'm Bruin. We are passing through lands without our permonition. Blödsinn. The common folk of these lands needs someone looking after them. We will fight. Very well. Expect no mercy. Okay. Los geht's. Wir werden wahrscheinlich verlieren. Aber es muss sein. Ich meine, die Chance ist da. Okay. Bödsinn! Okay. Bödsinn! 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 Oh Gott. Warriors! Move! Das wollen wir mal ein bisschen provozieren lassen. Alter, guck mal, was für eine Schn... Warte, das sind so viele Bo-Schützen. Bödsinn! Get moving! Müssten weiter in die Wälder rein. Arrows! Move out! Infantry! Move! Footmen! Lose Formation! Arrows! Forward! Onwards! Footmen! Get moving! Puh, das wird was? Scheiße! Oh Gott. Oh Gott. Wir haben keine Pfeile mehr. Aber wir haben keine Bogenschütze mehr. Oh Gott. Doch, sie haben nach Bogenschützen. Scheiße. Und mehr, du Lappen. Scheiße. Scheiße. Komm her, du Lappen. Ich mach's noch fertig, bevor ich wieder in Gefangenschaft gerate. Nein! Und wieder mal liegen wir im Schnee. Ich hätte mich noch zurückziehen können wahrscheinlich, aber... Da sind wir wieder in Gefangenschaft! Hehehe. Ach, mein zweites Zuhause, ich liebe es, gefangen zu sein. Naja. Gut. Leute, ich musste leider aufhören. Das war's mal wieder von Mountainblade Bannerlords. Und es endet mal wieder in Gefangenschaft. Hehehe. Oh Mann, ey. Wir haben ein Level gemacht. Guck mal hier. Ähm. Ja, wir gucken mal. Okay, Leute. Ich hab auf jeden Fall jetzt einige Ziele vor mir. Ich will jetzt Liana umgaren. Und, äh. Ich muss jetzt mal zu Geld wiederkommen. Ich muss jetzt mich endlich mal zusammenreißen. Also, bis zur nächsten Folge. Wie immer, haut rein!